Hallo Leute, wir sind hier bei Just Get Thru und wir spielen gleich, aber zuerst quitten wir das Game. Nein, Spaß, war nur Schwarzbild. Wir machen Classic One und es geht los. Ich bin bereit, ja? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir nehmen mal heute nicht mit Ben Kämmern, sondern mit der, mit der, mit der. Taschenrechner-Cam. Ja. Und es ist gerade auf zwei. Eins. Oh mein Gott. Mom, get the camera. Das Level wird generiert. Yeah. Super. Und das ist so ein Jump'n'Run, wie man hier sieht. Ne, da ist so eine Kreissäge und... Da ist noch eine Kreissäge und Gras und so. Und man hat hier TT zum Sprengen. Also man kann sich hier durch die Welt sprengen. Richtig nice. Und, ähm... Ja, man hat zehn Leben am Anfang. Und, ja, mir muss man nicht erklären. Man muss halt springen und überleben. Und ins Ziel fahren. Mit dem Auto. Mit Bobby's Car. Bobby's Cool. Ja. Und jetzt springen wir mal ins Ziel. Das könnte knapp werden. Aber wir schaffen es. Wir sind nämlich der King. Wie mein Kumpel Snow jetzt sagen würde. President Snow meine ich natürlich wieder. Ja? Auf jeden Fall... Ich mag das Spiel. Ich habe da schon vier Stunden, 24 Stunden am Tag, vier Stunden gespielt. Ja. Und da sehen wir schon das Haarnetz von der Kellnerin. Ja. Haarnetze sind voll cool, finde ich. Und wir fallen schon in die Welt. Und da ist so ein Pimmel, der immer aus den Dingens rauskommt. Und im Hintergrund könnt ihr vielleicht meinen Kater hören. Das war mein Kater. Er heißt Calo. Kater Calo mit den weißen Buschen. Merkt euch diesen Namen, sonst... Kellnere ich euch. Ganz ehrlich. Und wir sind schon in Level 3. Aber wir machen zuerst stronger TNT. Natürlich. Weil wir wollen hier stärkeres TNT haben. Weil jetzt kommt nämlich ein Boss wahrscheinlich. Weil in der dritten Etage kommt immer ein Boss. Und man sieht ihn zwar noch nicht. Aber... Er kommt bestimmt gleich. Oh mein Gott. Ich höre schon das Godzilla-Geschrei. Oh mein Gott. Ich hab schon ein Schild. Oh mein Gott. Da ist Kiles Mom. Nein. Da ist Kiles Mom. Nein. Ich muss sie versiegen diesmal. Ich muss sie versiegen diesmal. Kiles Mom ist die schwerste. Weil sie das ganze Level zerstören kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja sie wird tot sein. Sie wird tot sein. Oh nein. Nein. Alles explodiert. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube ich sterbe. Ich glaube ich sterbe. So das war das Game. wir werden kommentieren nicht vergessen aber vorher zeige ich euch natürlich noch dass man seine farbe in orange juice machen kann das ist richtig cool und da ich euch schon schau gesagt habe kann ich euch noch gleich meine stats zeigen das sind meine stats und ich sag euch apotheke